Schönen guten Tag auch. Ich sag schon mal die nächste Band an, weil wir ein bisschen im Verzug sind. Mein Name ist Franky oder Frank Böhle. Ich unterrichte Gesang hier an der Pau. Ich unterrichte Gesang hier an der Pau und freue mich, die nächste Band ankündigen zu dürfen. Und zwar haben wir da, ich mach mal den schnell durchlaufen, Malek Schulz an den Drums, Alexander Schellberg am Bad, Jakob Jochmann und Lars Kuhl an der Gitarre. Und dann haben wir noch Jonte, den wir gerade schon gehört haben. Wir werden so einen Song jetzt singen. Und wir haben, mein Gott, Leonie natürlich, Entschuldigung. Leonie, Schade, haben wir natürlich hier an den Keyboards. Ich wünsche viel Spaß mit Snow Patrol Chasing Cars. Er hat jetzt tausend Freunde. Musik 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 Das war's für heute. Vielen Dank.